ja, das ist doch mal eine tolle Art, ein Video zu starten. Oh, Stamina, hier ist wieder ein Indofreak. Ähm, jetzt haben wir verdammt, ui. Wow, das war knapp mein Freund. Jetzt haben wir verdammt, verdammt, verdammt viel Kohle. Um uns aufzuwerten. Ja, genau, sag ich auch immer. Jawohl. Tausend Bären nur, da bist du sogar noch ranzbillig. Ja, trainier mal meinen Donnerblitz. In der Zeit kann ich hier mal eben... Ja, das war's schon. Gut, äh... Es ist nun leicht, den Donner für seinen Gegner zu treffen. Also, auch um die... Auch, auch um die Ecke. Ich seh's. Ich seh's, nicht mal getroffen. Nein, äh, Statuswerte. Ja, nur noch ein bisschen. Wollen wir ihn voll machen? Ja, machen wir doch. Ja, möchte ich. Warum bin ich eigentlich mit euch vier nicht befreundet? Das versteh ich nicht so. Diese RASAF-Stimme. Das ist ein Deutscher. RASAF! Ja, ich weiß, das hab ich, sag ich nicht zum ersten Mal. Aber jetzt. Maximum. Jawohl. Nur noch der Eisenschweif. So vier... So vier... Dreimal müssen wir mit ihm sprechen. Hi. Ja, RASAF. Nur 1000 oder... Als nächstes 1500. Oh, und da fehlen 70 Bären. So schnell wird man sein Geld wieder los. Sein Geld, seine Bären, mein Gott. Testen? Ja, kann ich nur im Kampf. Das hab ich jetzt gesagt. Ich hau ihm eine rüber. Sieht doch ganz gut aus. Ähm... Oder? Verlangst du 1500? Ja. Dann kann ich nicht. Tut mir leid. So, es geht nochmal in die Grünzone. Ich weiß, ich renne hin und her und hin und her und hin und her. Aber wir gehen jetzt erstmal in die... Moment. Stopp, 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 stopp. Ich befreunde mich jetzt. Ups, es tut mir leid, Stalker. Jetzt kann ich mich doch mit euch befreunden, oder? Es gibt nichts mehr, weil ich für dich springen könne. Der Rest liegt in deinen Händen. Dann befreunden wir uns nicht. Gut, jetzt kann ich meinen Satz beenden. Wir gehen zurück in die Grünzone. Ja, äh... Da sind wir noch nicht fertig. Und die Strandzone. Hey, die Strandzone. Aber so gut wie fertig. Das freut mich. So gut wie, wie gesagt. So gut wie. Ähm... Da fehlen noch Kramchef und Krammurks. Und... Gucken wir mal... Was wir hier noch zu tun haben. Plaudergei! Das erste Pokémon. Plaudergei müssen wir uns noch gut befreunden. Mit Bidifass auch und mit Folie Purpa. Gehen wir erstmal zu Plaudergei. Plaudergei steht an jeder Ecke. Und wenn man ihn jetzt mal braucht, finden wir ihn nicht. Toll. Ich nehme an, der steht ganz am Anfang. Unser Stalker. Ja, Zeit Anfang, das spielt Stalker uns. Aber wir haben ihn doch lieb und sein Stalker. So, der steht jetzt hoffentlich hier vorne irgendwo. Nicht? Äh... Er stalkt uns überall hin. Aber wenn wir dann ihn mal brauchen... Ah, der ist in der... Doch, der... Doch, 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 ich muss da lang. Natürlich. Das wäre es doch. Ja. Und wie ich gesehen habe, wenn wir Minispiele komplett beenden, dann befreunden wir uns automatisch mit den Legendären. Und es ist dunkel hier. Es ist weil die Sonne hier so reinprallt. Ich will nicht an ihm vorbeilaufen. Äh, achso, ja. Da, sind wir mit dir befreundet. Hey, du... Nein? Ja... Habe ich dich nicht gekriegt? Okay, aber wir haben jetzt volle Sprint-Technik. Te-Technik. Und ich habe schon öfters durch Zufall gesehen, wie man diese Supersprint macht. Jawoll. Wie man diesen Supersprint macht, wo diese Welle vor einem erscheint. Aber ich weiß nicht, wie man die macht. Das steht dann natürlich nicht in der Anleitung. Ich muss da mal im Internet gucken. Oder vielleicht könnt ihr es mir auch in den Kommentaren sagen. Weil manchmal, wenn ich... Ich weiß nicht, ob ich eins verdammt schnell hintereinander drücken muss. Ich weiß es wirklich nicht. Was? Was hat er jetzt gesagt? Nur Freunde? Geschehen, ja. Ja, ja. Irgendwas hat er gesagt, wenn wir in jedem Spiel die Bonusleistung haben, dann... ...wird es mit uns befreundet sein. So, wo ist jetzt mein Freund Plauderguy? Hängt sonst an jeder Ecke und nun... ...infach nicht da. Ach, mein Lacker. Ihr habt das gesehen? Shortcut. Ich bin hochgesprungen, habe ich in der Luft gedreht und wieder... Bumm. Komm, fünf Beeren. Zehn. Zehn. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Plauderguy ist. Wir suchen ein Pokémon, das uns stalkt. Ist das nicht lustig? Ironie. Ironischer Schrott. Äh, okay. Wo ist Plauderguy, wenn man ihn mal sucht? Ja gut, was mit Bidi-Fass und so auch noch. Befreunden wir uns erstmal mit dem Pokémon, bevor wir jetzt... ...bevor wir jetzt loslegen. Hey, du. Okay. Wie verwirrt, ich weiß nicht, mit wem wir befreundet sind, mit wem nicht. Also gut, wir wollen nur der... ...normal. Schlecht, wollte ich schon sagen. ...und Lothurzes spielfangen. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wo dieses Plauderguy ist. Ist mir jetzt auch wurscht, wir spielen jetzt dieses Spiel. Wieder ein Minispiel-Massaker. Fünf Beeren, du bist schön billig, mein Freund. Dich mag ich. Äh, ich habe... Ich habe... Okay, sieben Minuten. Überschön auf die Uhr achten. Ja, einfach nur schütteln. Wow, sind das viele. Geschafft. Okay. Und da haben einige gefehlt, oder? Okay, das ist ein Spiel, ja. So gut wie jedes Pokémon teilnehmen. Außer ein Flickmon vielleicht. Ich mag das Spiel nicht. Es verbrennt Kalorien! Ich schüttle mir die... Dritter. Ist ja auch völlig wurscht, welchen Platz wir haben. Hauptsache, wir schaffen es unter der... Nein, haben wir nicht geschafft, oder? Es war 8,5. Nein, 9,8. Okay. Tut mein Arm jetzt schon weh. Ich habe gerade mal ein Spiel gemacht. Da ist Blaudagei. Anderes Pokémon. Ja. Ah, das ist ein Spiel, das geht recht schnell, also. Knilz, Knilz. Ich weiß gar nicht, wo man Knilz findet. Und da ist es legendär, habe ich recht? Ne, Kapador. Äh, das haben wir doch auch schon hier in der grünen Zone gesehen. Ist ja kein legendäres dabei. Bonita, äh, okay. Geschafft, geschafft. Zehn Sekunden. Ding, 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 oh. Ich lade an... Animation... Animation muss voll sein. Ich schüttel immer schon bei 2. Ich weiß nicht, ob es kleine, schnelle Bewegungen sein müssen oder große, lange. Ich weiß es nicht. Da bin ich aus der Puste. Scheint ja zu funktionieren. Eineres Pokémon. Dieses Minischpiel ist anstrengend. Wii Sports lässt grüßen. Wenn wir es jetzt hochkant nehmen könnten und schütteln, das wäre besser, als quer zu schütteln. Ich mache jetzt kleine Bewegungen. Oh, das Arcani ist ja verdammt schnell. Ehh, kleine Bewegung. Dritter. Aber naja, es geht ja um die Zeit. Und nicht um den Platz. Oh, ist das anstrengend. Ich weiß nicht, ich würde es ja mal mit links probieren, aber nein, ich bin kein Linkshänder. Aber wenn mir der rechte irgendwann wehtut, kann ich es mit links machen. Also das Spiel nimmt nicht sehr viel Zeit in Anspruch, auch weil es zwischen 5 und 10 Sekunden dauert. Ja, zwischen 8 und 12, sagen wir machen. Äh, haben wir das nicht schon mit Schillers? Egal. Aber dafür haben wir viele Pokémon, denen wir das machen müssen. Das ist ein Knilz. Dass wir noch nicht freigespielt haben. Krampf. Nein, Krampf nicht, aber... Und Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit. Äh, Bonusleistung geknackt? Hallo. Nein. Ich muss jetzt mal gucken. Also geschafft haben wir es nicht. Oder? Doch, okay. Ach, wie ist das aber an seinem eigenen Spiel? Oh, das ist Arbeit, das sag ich euch. Aber es macht auch Riesenspaß. Ist schon ein interessantes Let's Play. Oh, chillast, wie überholt ich. Au, ha. Es zieht irgendwie meinen Ellenbogen dann auf einmal, wenn ich so viel schüttle. Au. Ich bin ein Weichei, ich weiß. Mach dabei Muskeln. Ich spür grad, mein rechter Oberarm, ja, ist leicht angesponten. Nein, nein. Wie beim Tennis. Total lasch. Und unsportlich und nur am rechten Arm, so riesengroße Muskeln. Einmal mehr noch. Oder machen wir noch die zwei, dann haben wir es. Bis zum schwarzen Pokémon, dass es nicht geht. Made in China steht da nicht in Japan? Wie ist es meine, wie viel die in China hergestellt? Was soll das denn? Aua, mein Ellenbogen, das zieht. Ich schüttle auch viel zu stark. Es reicht, wenn ich ein bisschen schüttle und nicht so hardcore. Ich probiere es jetzt mal mit links so aus Spaß, aber da ist das Kabel im Weg. Links ist das Kabel im Weg. Ja. Die Bonus ist und gleich lese ich es nicht. Ich mache einfach nur noch. Oh, elf Sekunden. Dann mache ich es aber nicht. Das mache ich jetzt mit links. Ha, Sportspiel. Ich mache es mit links. Nein, 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 ich probiere es mal mit links aus. Ich habe irgendwie Angst, dass ich das nicht hinbekomme mit links. Dann tut es ja noch mehr weh. Klack, 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 klack. Nein, nein, das wird nichts. Oder doch? Wow, doch noch geschafft. Verdammt knapp, aber geschafft. Ja, wunderbar, wunderbar. Beenden. Oh, nein, 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 nur andersrum. Ich nehme jetzt weiter auf. Aber für diesen Part beende ich. Also, wir sehen uns dann genau an dieser Stelle im nächsten Part. Also, bis dahin. Tschöne.